willkommen zurück bei der one we found letzte folge bzw die letzten zwei folgen das ging ja nicht ganz so gut waren wir in der schule in dieser vision in diesem traum keine ahnung jetzt sind wir da wo wir mehr oder weniger mit der leiter hoch kam ich weiß nicht genau wo unser typ die leiter hochgeklettert ist vielleicht ist auch einfach durch den boden durchgepackt und steht jetzt hier oben man weiß es nicht auf jeden fall wir sind jetzt wieder oben im hauptgebäude der psychiatrie hier steht eine 2 das wird wahrscheinlich für das hier sein da hinten ist nämlich noch eine schrotze also irgendwie muss man es aufbekommen 2 steht hier allem weil warum flackert es denn hier so krass das vom spiegel so gewollt und flackert das in die taschenlampe raus bei dem spiel weil sich halt echt nie was gewollt ist und was nicht gewollt ist dass es ist das ist schrecklich das ist einfach nur schrecklich wir packen mal hier unsere das ist natürlich mal wieder super kein platz sprich ich kann die waffen nicht wechseln mhm wie mache ich denn das jetzt ich kann die batterien auch nicht benutzen ich kann sie aber destroyen wenn ich wüsste wie so hier destroyen wir mal hier so eine batterie ach so stimmt jetzt waffe wechseln ach ich bin verwirrt so warum flackert hier alles man da ist einfach mal nichts da ist einfach mal nichts nur scherben super hier ist zumindest das ist dosen futter für die schnelle heilung zwischendurch erkennt sie nicht die schnelle heilung zwischendurch meiting ist prof ich kann das wort nicht aussprechen aber weißen verboten sozusagen alter das spiel ist nichts für epileptiker zwar ohne spaß jetzt mal komplett ohne spaß kannst du doch nicht bringen waren die lampen hier oben die flackern nicht mal und das flackert ist unangenehm sogar für mich und hier ist immer noch eine 2 wo finde ich denn die anderen buchstaben sage ich schon die anderen zahlen was ist wenn ich jetzt überall 2 2 2 2 2 2 das funktioniert nicht kann ich das aufschießen will es nicht versuchen andererseits wir haben jetzt so viele waffen ok geht nicht wieder eine kugel verschwendet yay gut wenn wir hier keine weiteren zahlen finden dann müssen wir wohl weiter wie gesagt eine 2 haben wir das ist eine alte uhr die auch hier irgendwie 0 reinpasst sehr merkwürdig muss man eben meine kopfhörer lauter machen immerhin flackert es nicht mehr also meine elgato flackert immer noch da wäre ich auch echt über hilfe froh wenn sich jemand mit der elgato auskennt schreibt mir mal bitte über youtube oder über irgendein social media äh ding privat bitte äh die flackert nämlich also in der aufnahme sieht man das nicht auf meinem bildschirm flackert die rot ähm und da ist egal welche konsole ich nutze oh Gott Moment warum kommst du warum bist du so krass nein warum bist du so krass du scheiß typi würde sagen Thumbnail oder dann im hörtt ihr die spieluhr schon wieder Och Gottchen. Och Gottchen. Hoffentlich finde ich hier noch eine Melone. Weil wie gesagt, da gibt's da gibt's einen Erfolg. Eine Melone killen. In allem hier flackert's jetzt auch schon wieder. Ist das so gewollt? Ach schön, beruhigend. Ein paar Puppen. Hammergeil. Puppen sind immer gut. Also so staustauschter Puppen, immer gut. Perfekt. Perfekt für zwischendurch. Boah, ich hab hier noch eine Regal. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das hab. Auf jeden Fall, ich hatte mal so ein Spiel, das war in Deutschland, soweit ich weiß, indiziert. hat man so ein Detektiv gespielt, irgendwie sowas, Polizist, und musste Verbrechen lösen. Wurde dann, wenn ich mich nicht irre, in einem Einkaufszentrum angeschlossen. Vielleicht weiß das jemand von euch, wie das heißt. Und da waren auch überall Schaufensterpuppen. Und das Spiel war so abartig gruselig. Damals, als ich jetzt gespielt hab, und da war ich noch relativ jung, kann man sagen. Also ich hätte das gar nicht spielen dürfen. War aber auch in den USA. Also ich hab's mir auch dort gekauft und so weiter. Und da hab ich zum ersten Mal von mir aus gesagt, jo, da würde ich mal sagen, ist Indizierung gerechtfertigt. Mittlerweile denke ich das auch nicht mehr. Keine Sorge. Aber damals, das war krass, das war heftig. So. Krasser wäre jetzt, wenn die Schaufensterpuppen noch zum Leben erwachen würden. Das wäre ziemlich krass. Oh, da geht's nach unten. Yay. Weil ich ja nicht schon lang genug unten war. Willst du da lang? in ein Klohäuschen, so wie's aussieht. Oder Duschhäuschen. Ey, die bewegt sich. Okay, das ist doch ein bisschen gruselig. Lady. Ich wollte mit ihnen ausgehen, die jetzt nicht mehr. Tschüss. Alter. Das ist aber richtig auf meinen Charakter fixiert, das Ding. Es geht nach unten. Und alles ist eng. Und schon wieder so ein Ding, was sich dreht. Alter. Lass mich in Ruhe. Hallo? Hallo? Batterie nehme ich. Boah, da ist schon wieder so ein Sizierkenner, Alter Schwede. Warum? Da ist ein Hirn. Und eine Säge, eine Knochensäge. Hier ist der Schlüssel für oben. Ich will ihn eigentlich gar nicht nehmen. Irgendwas passiert jetzt, oder? Ja, wieso kann ich... Oh Gott, ich hab keinen Platz im Inventar. Wie soll man das so machen? Wir können uns heilen. So, jetzt aber. Nehmen. Und jetzt schnell nach oben. Bis jetzt gab's ja wirklich eigentlich nichts, was irgendetwas anderes ausgelöst hat. Also, ich geh nicht davon aus, dass jetzt die Mitnahme des Schlüssels irgendwie ausgelöst hat, dass jetzt hier doch mal irgendwo Feinde sind, oder dass die irgendwie verschwinden oder mich verfolgen, oder was auch immer. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. find ich ein bisschen schade. Das wär echt cool. Also, eigentlich nicht, aber trotzdem. Aber wer weiß, was jetzt noch in dem Raum kommen wird. Ist ja wieder ein normales Level. Ich kann mir vorstellen, dass das nach diesem Raum dann zu Ende ist. Ich würd's aber nicht bevorzugen, weil das würde bedeuten, dass die Schullevel immer länger wurden und die normalen Level immer kürzer. Was ein bisschen doof wär. Verdammt, jetzt hab ich wieder nicht. Scheiße. Gab's hier noch Zahlen? Ist ja immer noch eine 2. Da ist ja immer noch eine 2. Einen Moment, ich guck nochmal durch, ob ich noch was finde. Aber ich gehe eher nicht davon aus. So, eine 2 haben wir. Es wird dich finden. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Bislang hat's mich noch nicht gefunden. Es müssen hier aber irgendwo Zahlen versteckt sein. Hallo, wie geht's euch? So, und offenbart mir die Zahlen. Ja, auch wieder It Will Find You. Haben sie dieselbe Grafik genommen. ist aber auch nichts. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass drei Zahlen hier irgendwo versteckt sind. Da wären Zahlen, aber kann das sein? 2, 1, 2, 1. Ja, wir können's ja mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Das war im ersten Level so, aber dann später eigentlich nicht mehr. Wir versuchen's mal. 2, 1, 2, 1. Ich hab ihr die richtigen Zahlen schon gesehen und ich such immer noch nach denen. Geil, geil. Ist aber irgendwie immer so. Wenn man im Nachhinein die Videos anguckt, da denkt man sich so, Alter, er sorgt dir ne neue Brille. Oder, oder, hör auf zu socken. So, flackerndes Licht, obwohl die Lampen nicht flackern. Das ist ein Fall für Galileo Mystery. Was das Licht kann, kann ich schon lange. Zu 2, 1, 2, 1, haben wir gesagt, testen wir mal. Wenn's nicht funktioniert, dann halt eben nicht. So, 2, 1, 2, 1, Nö. Nö. Hm. Hätte die Schrotze schon gern, aber wir haben ja an sich ne Schrotze. Ist doch dasselbe Modell. Wäre vielleicht noch Muni da, aber ist ja trotzdem dasselbe Modell. Gehen wir mal hier durch. Ach, hier ist noch eine 7. 2, 7, 5, 7, 2, 7, 5, 7. Und ich guck da hinten noch mal nach. ich voll fassen. 2, 7, wo ist es? 7, 5, 7. Hatten wir gerade 3 Arme? Was war das? Das funktioniert nicht. 2, 7, 5, 7. Habe ich irgendwie schon wieder was falsch gelesen? 2, 5, hä? Das sind Mehrzahlen, was? Einen Moment, 2, jetzt haben wir mehrere Codes, 2, 5, 5, 7, vielleicht das? Aber wieso? Waren die zu faul, da oben eine normale Tür einzubauen und haben einfach hier unten die Tür kopiert und da oben eingefügt? Und das soll eigentlich gar nicht die Zahl sein? Wenn das jetzt funktioniert, dann weiß ich, dass es so ist. Und da haben wir wieder 3 Arme. 2, 5, 5, 7. Eh? Wenn man von unten kommen würde, wäre es, je nachdem, ob die Zahl auf der Tür richtig ist, 7, 5, 5, 2. 7, 5, 5, 2. Funktioniert auch nicht. Hm. Vielleicht haben sie den Code auch einfach gar nicht reingemacht. Sie hatten es noch vor, es war so als Platzhalter drin und dann am Ende haben sie es vergessen. As above, so below. Okay. Nett. Nett. Und die Spieluhr, die ist auch super nett. Achso. Achso. 2, 7, 5, 5, 7. Oder auch nicht. Äh, 2, 5, 5, 7. Oder auch nicht. Ähm, 5, 5, 5, 2, 7. Äh, 7, 5, 5, 2. Oh. Achso, dafür stand der Zettel, jetzt kapier ich es erst. Jetzt kapier ich es erst. Ach, ich bin schlau. Ich bin einfach nur schlau. Ich bin so ein richtiges Schlauchen. Ah. Hammergeil. Da unten liegt ein Bein oder ein großer Finger. Da könnte auch ein großer Finger sein. Von so einem überdimensional großen Mensch. Ach, schön, schön, dass man auch sowas hier findet, wie der Riesenzäh in Skyrim. Ach, den hat man immer so gern ausgelutscht. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Du, du, du. Okay, dann check ich aber immer noch das Schloss oben nicht. Welche Zahlen man da hätte benutzen sollen. Das ist ein Buch. The Curse of the Book. Super. Woher kommt die Spieluhr her? Es kann nicht sterben. Es ist unkillbar. Also un, äh, hier Dingenskirch. Hier ist eine Zahl jetzt. Zwei, vier, acht, neun. Vielleicht komme ich da jetzt. Zwei, vier, acht, neun. An die Schrotze oben dran. Beziehungsweise ich will da ja gar nicht dran, aber an die Muni. Zwei, vier, acht, neun. Ach, ich bin so ein Zahlen-Shitty. Zwei, vier, acht. Ja! Ja, ja, ja. Schön. Jetzt, jetzt, jetzt. Gib mir die Knarre her. Also nicht die Knarre, sondern die Muni. Ist das jetzt dasselbe Modell, oder? Oh, jetzt habe ich es mitgenommen. Ist aber genau dasselbe Modell. Da habe ich schon wieder das Problem mit Inventar voll. Kacke. Egal. Nehmen wir erst mal mit. Ich weiß nämlich nicht, ob sich die Muni addiert, oder ob jetzt jede der beiden Waffen 25 Kugeln hat, weil das wäre super. Das wäre in der Tat super. Damit könnte ich leben. Oh Gott. Ey, das... Ich laufe mal geradeaus nach unten. Das wird ein bisschen zu gruselig. Hier ist noch ein Soldatchen. Da haben wir nichts mehr. Da ist ein Zettel. Cave Sickness. So haben sie die Krankheit, die Infektion genannt. Also mit dem Namen könnte ich irgendwie... Mühlenkrankheit. Könnte ich nicht ernst nehmen, glaube ich. Ach Gottchen. Oh. Yeah. Ach nö. Ich muss doch geradeaus. Aber ein rotes Licht ist da unten. Das ist schon mal... Wieder mal sehr beruhigend. Rot steht für mich in diesem Spiel für die Hexe. Where did it come from? Woher kommt es? Ich weiß es nicht. Aus der Höhle. Aus meiner Höhle. Bitte was? Oh. Äh. Ne. Pack wieder aus. Äh. Pack wieder aus. Pack sieht auch wieder aus. M. M. Ah. Was ist denn das für eine Steuerung manchmal? Jetzt hat er sie wieder draußen. So. Genau. Perfekt. Ach. Schrecklich. Schrecklich manchmal. So. Hallöchen. Wie geht's dir? Kollege. Bin ja auch Sicherheitsmann. Man nennt mich auch Dieter. Dieter One Shot. Weil ich immer nur einen Schuss brauche. Nicht nur bei den Frauen. Oh Gott. Huckuck. Huckuck. Da ist ja gar nichts. Ist ja langweilig. Aua. Oh. Und auch mehr Leichensäcke. Beruhigend. Äh. Soll ich jemand zumachen? Ich weiß nicht. Eigentlich haben wir hier alle ausgelöscht. Und wie gesagt. Und wie gesagt. Irgendwie solche. Solche Auslöser gibt's hier in diesem Spiel gar nicht. Dass etwas ausgelöst wird. Ich will erstmal alles durchsuchen. Man weiß ja nicht, was noch auf uns zukommt. Das ist das vorletzte Level, wenn ich mich nicht irre. Warte. Habe ich, das ist geöffnet? Ach, jetzt kommen wir erst in D-Flügel rein. Sehe ich das richtig? Krass. Also waren wir die ganze Zeit über in einem komplett anderen Flügel. Ich dachte einfach, dass wir hier alles D-Flügel. Ja, Spieluhr. Och Gottchen. Vor allem, wenn sich irgendwelche Türen von allein öffnen. Dann kann das nicht gut sein. Hinten kommt die Spieluhr her. Gottchen. Boah, da ist eine Melone. Ja, ich kann den Erfolg machen. Dankeschön. Ja. 50G oder so. Ja, Watermelon, Madam. Ja, ja. Ich bin ein Madman. Durch und durch. Also, wenn ihr das Spiel haben solltet und den Erfolg wollt, auch direkt im ersten Level findet ihr hinter der ersten verschlossenen Tür schon eine Wassermelone. Also von dem her, ihr müsst nicht so lange spielen. Die roten Streifen hier auf dem Bildschirm werden gerade heftig. Vor allem, wie sie... Oh Gott. Ich rutsche hier immer weiter runter, so nach dem Motto. Ihr seht mich nicht. Die Feinde können mich nicht sehen, wenn ich sie nicht sehe. Och Gottchen. Tut mir leid. Was ist denn das schon wieder? Und nein, ich... Nein. Ich... Ich will schon weiter. Ich tue nur so. Um die... Um das hier alles zu strecken. Wir haben eine Sicherung. Super. Beruhigt mich, wenn ich schon wieder Sicherung suchen darf. Oh. Das ist eine Batterie, oder? Die ich nicht nehmen kann. So, weil das Inventar schon wieder voll ist. Aber warte. Das wird addiert. Dann kann ich die Schrotze hier auch wieder destroyen. Oh. Das Hebel. Cool. Jetzt haben wir auch mal eine Nahkampfwaffe. Cool. Erste Nahkampfwaffe im ganzen Spiel. Und hier haben wir noch einen Apfel. Ich hoffe einfach mal der Inkampf, wenn es denn so einer sein wird. Ist nicht zu krass. Die benutze ich jetzt in Säbel. Okay. Kapiere ich nicht. Ist auch egal. Da hinten ist... Da hinten ist dieser... Wie nennt man es nochmal? Dieses alte Musikding da. Da kommt die scheiß Musik schon wieder raus. Und überall Muni und Leben. Was ist denn hier los? Wird das so krass? M1911. Das ist ja auch eine Pistole. Die haben wir aber gar nicht bei. Kann ich ja die Sachen hier für die M19 löschen. Das war nämlich, glaube ich, das, was hinter dem Gitter war. Damals in der Höhle. Am Anfang der Höhle. Die Waffe eh nicht dabei haben kann. Nämlich lieber hier sowas mit. Was ich hier brauchen kann. So. Da hinten noch ein Raum. Und da rechts, wo die Spieluhr rauskommt. Wahrscheinlich ist das die Zelle von Patient 0. Beziehungsweise Patient 0. Zero. Zero. Also da, wo alles begonnen hat, sozusagen. Benutze ich denn das jetzt? Grip Item. Äh, kann mir das mal einer erklären? Keine Ahnung, wie ich das benutze. Ich lasse es lieber mal an. Nicht, dass ich schon wieder jemand aufwecke dadurch. Was sind das hier für Bierflaschen? Wurde hier schon wieder gesoffen ohne Ende. Mann, 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 Mann. Nämlich lieber da. Ähm. 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 Alter. Die hat jetzt einen Kopf. Die hatte vorhin, glaube ich, keinen Kopf. Oh. Jetzt habe ich es aus. Oh, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Mit B? Oh, oh, oh. Alter, ist das hier jetzt gerade so ein Endkampf? Nein, ich bin tot. Ich will das Level nicht von neuem starten. Bitte nicht. Nein. Nein. Och, Mann, jetzt habe ich den ganzen Scheiß noch mal spielen. Ich hasse das. Guck gerade mal. Ähm. Ich schneide das hier alles raus und ja. So, wir müssen das Level tatsächlich von ganz vorne machen. Hier ist ein Zettel, den ich am Anfang gar nicht gesehen habe. Glaube ich, oder? Keine Ahnung. Ähm. Ihr wisst, dass mich sowas mehr als abfuckt. Vor allem, weil das schon wieder so richtig krank unfair war, ähm, weil ich da ja eigentlich volle Kanne drauf geschossen habe mit der Schrotze. Aber jetzt ist mir klar, warum da so viel Heilung war, was mir auch nichts bringt, weil ich in dem Inventar mitten im Kampf nichts machen kann, weil das einfach scheiße ist. Ich werde jetzt auf jeden Fall privat, also ohne Aufnahme nochmal da hinspielen. Ich weiß ja jetzt ungefähr den Weg und so weiter. Und, äh, dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich dann wieder in diesem komischen Endkampf da. Oder in einem der Endkämpfe, weil zwei Level folgen ja noch. Und, ach Gottchen, ich hasse es. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis morgen, 18 Uhr, oder im Livestream, 20 Uhr. Bis dann, ciao. Scheiße. Bis dann, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020